Na ihr Rallis, moin moin und willkommen zurück zu Minecraft. Na, ja, schöne Adventszeit wünsche ich euch erstmal. Willkommen zurück, ganz genau. Ja, es sollte eigentlich schon länger wieder mehr Folgen geben, aber die letzten Tage waren etwas voller, als ich gedacht habe. Ich hatte ja zuletzt noch vollmundig angekündigt, jetzt geht es direkt wieder weiter nach einer ein- bis zweiwöchigen Pause und bin dann genau dazu gekommen, auch einen einzigen Part aufzunehmen. Sorry dafür, aber naja, seien wir mal ehrlich, so schlimm ist es auch nicht. Es ist ja eine Zeit, in der wir alle viel zu tun haben, vermutlich, die letzten Dinge des Jahres zu machen, bevor das Jahr sich dem Ende entgegen neigt, ganz genau. Wobei man natürlich sagen muss, dass viele Dinge, die man sonst eigentlich in und um die Adventszeit zu tun hätte oder gerne tun würde, dieses Jahr natürlich ein bisschen ausfallen, sei es der gemütliche Gang auf den Weihnachtsmarkt oder sonstige Dinge. Ja, das ist ein bisschen schade, aber ist in diesem Jahr natürlich auch nachvollziehbar. Von daher, ja, vielleicht ist es ja dann doch so, dass der ein oder andere gesagt hat, jetzt noch so ein Scalapart, das wäre doch schön zum Einschlafen, keine Ahnung. Ganz genau. Und für diesen Fall, ja, bin ich ja jetzt wieder da. Ich muss mal gucken, wie ich das jetzt in den nächsten Tagen schaffe. Wie gesagt, meine Voradventswochen sind relativ voll, aber, ja, oder was heißt Voradvent? Es ist ja Advent. Meine Wochen sind relativ voll, aber ich versuche trotzdem halt euch halbwegs regelmäßig mit neuen Ports zu versorgen und ich denke, dann haben wir doch auch schon irgendwas, was wir da irgendwie anstreben können. Aber eben, ich glaube, ich nehme jetzt den Mund nicht nochmal so voll und gehe eher davon aus, dass es jetzt nicht jeden Tag zwei Videos gibt, wie es zu den Hochzeiten in diesem Jahr passiert ist, im neuen Jahr dann wieder. Aber trotzdem, ja, reden wir wieder über Minecraft an der Stelle. Wir hatten ja zuletzt hier den guten Archibald, der überhaupt nicht gut war, den Abtrünnigen. Ähm, ja, im Nether ein bisschen in seinen Wegen eingeschränkt. Der war ja in den Nether abgehauen vor einigen Folgen. Und ich habe ihn da jetzt eingezäunt zuletzt und hoffe jetzt einfach mal, dass der feine Herr, ähm, achso, ich wollte ja noch Tore oder sowas. Kann man überhaupt, kann man Zauntore auch aus einem anderen Material als Holz bauen? Das müssen wir mal kurz verifizieren. Denn ich denke mal, im Nether ist es nicht so sinnvoll, mit Holz zu bauen. Tor, naja, ich kann das nur mit... Ja, Komparator, nee, das meine ich genau nicht. Ja, sonst müsste man halt wirklich eine Eisentür bauen oder sowas. Hm, alles nicht ganz optimal. Wenn ihr da einen Vorschlag habt, was man da stattdessen machen kann, sagt es mir doch bitte. Denn ich würde gerne, ähm, jetzt weiterbauen im Nether, um den Zugang endlich mal zu legen oder den Durchgang da zu legen, den ich ja schon vor zwei Folgen vorbereitet habe. Von hier von Ralkatras ins andere Gebiet nach Ralermo namentlich. Und joa, da muss man sich erstmal drum kümmern. So, jetzt sind wir wieder hier. Und eben, damit ich mich darum kümmere, würde ich halt ungerne Holz verwenden, denn im Nether Holz ist immer so eine Sache, das fackelt natürlich ab. Schauen wir erstmal, ob der gute, äh, toll, jetzt ist hier so ein Schweinemensch drin. Ach, guck mal, da ist ja der, der Dings. Wie bist denn du hier reingekommen, Schweine, bist du da oben drüber gelaufen? Oh, nein, 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 da hinten ist ein fieser. Ja, komm mal mit, komm mal mit, ganz genau. Es wäre jetzt blöd, wenn der da hinten anfängt abzuschießen, äh, den, 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 den Dings zu erschießen. Komm, ich eskortiere dich mal hier, Archibald, kommen sie mit. Nee, runter hier. Weiter, jawohl, weiter. Weiter, willst nicht. Ich weiß, du bist ein verwöhnter Mann, du willst gerne eine Treppe haben. Nee, du gehst jetzt nicht wieder runter da, jawollu. Mitkommen, guck mal, wir lotsen ihn hier langsam wieder in Sicherheit. Komm mit, es ist nicht mehr so weit, nur noch ein Stück. Na, nee, falsche Richtung, ah, 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 abort. Runder hier, der Weg ist der richtige, mein Freund. Ich werde auf jeden Fall mal hier oben dicht machen, einfach damit der noch ein bisschen eindeutiger weiß, hier geht's lang, Junge. Einfach hier mitkommen, ganz genau. Warte mal, den würde ich aber gerne haben, den Nether Rack. Nein, ah, oh, das war eine schlechte Idee, jetzt ist er da unten drin. Herr Lehrling, Herr Archibald, falsche Richtung, hier rüber geht's. Einfach, einfach mal mitkommen. Jawollu, ganz genau, richtig, so, fantastisch. Ich wollte das hier nur ordentlich wieder zubauen hinter dir. Genau, so. Wir sind schon auf einem ganz guten Weg, mein Freund. Ich guck mal kurz, ob hier alles sicher ist. Kein Gast oder sonst wer auf uns lauert, das hatten wir jetzt schon oft genug. Naja. Okay, wir kommen der Sache näher. Ja, wir haben ihn jetzt immerhin schon mal ein ganzes Stück näher ans Portal gebracht, aber schlussendlich bin ich noch nicht völlig damit befriedigt, aber es ist ein guter Anfang. So, jetzt müssen wir hier mal schnell raus und wieder rein, bevor der Archibald sagt, oh, da ist eine Lücke, da brechen wir aus. Ne, das sieht doch alles sinnvoll aus. So, ich mach hier auch mal den Gang. Ah, ne, ich hab jetzt keine Nether Dinger mehr. Naja, passt. Ne, eigentlich wollte ich ja diesen Weg hier ein bisschen jetzt aufbauen und ausgestalten. Ich hab mir noch nicht so richtig überlegt, wie ich das eigentlich machen möchte. Wenn ich, wie gesagt, wenn ich Holz verwende, hab ich die Angst, dass es irgendwann abfackelt und dann war's das mit meinem schönen Weg im Nether. Aber mit Steinern scheint das ja ganz gut, äh, gut angedacht zu sein, nicht wahr? Deswegen machen wir das mal. Ich könnte mir vorstellen, der eine oder andere sagt jetzt von euch, mein Gott, Scala, so viel Nether, irgendwann ist auch mal genug. Es macht doch schon keinen Spaß mehr. Wir wollen alle gar nicht mehr, dass du noch im Nether bist. Wir wollen endlich mal wieder sehen, wie du, keine Ahnung, was machst. Das machen wir auch bald wieder, versprochen. Aber wenigstens, äh, ein Stück weit in die Richtung würde ich gerne noch bauen. Dass man einfach irgendwann diese Verbindung hat. Das war ja ein, eines der Ziele in den letzten, vielen Folgen. In den letzten acht Folgen. So viele sind's noch gar nicht. Es kommt mir nur so lange vor. Denn, ähm, dadurch, einfach dadurch, dass ich jetzt so über mehrere Wochen verteilt aufgenommen hab. Genau. Aber ja, es geht dann wieder irgendwann weiter. Und, äh, es wird irgendwie dann auch halbwegs regelmäßig sein, denke ich mal. Nicht so hundertprozentig regelmäßig, aber zumindest alle paar Tage gibt's eine neue Folge. Und ich, ich bemühe mich natürlich darum, dass sie so regelmäßig kommen wie möglich. Aber ihr wisst, wie es ist. Und, äh, manchmal ist einfach doch viel zu tun im echten Leben. Genau. So ist es. Äh, das war falsch. Wir brauchen hier so ein Ding. Genau. Ja, ansonsten hatte ja Tameses uns auch oder mir auch geschrieben, dass wir den feinen Herrn Kartografen gerne als Karl benennen sollten. Das wäre doch eine sinnvolle Sache. Dann haben wir Karl den Kartografen, Archibald den abtrünnigen Bibliothekar und Gerhard den Farmer. Das ist doch eine nette Sache. Das wäre auf jeden Fall eine schöne Sache, wenn ich die auch irgendwann noch mit anständigen Namensschildern ausstatten kann. Einfach deshalb, weil, naja, ich meine, irgendwie ist es doch schön, wenn die dann wirklich auch so heißen und nicht nur in unserer Fantasie, äh, diese Namen tragen. Genau. Also da muss ich mal gucken. Wie gesagt, ich hatte schon beim letzten Mal, glaube ich, danach gefragt, aber da hat jetzt noch keiner was zu gesagt. Was wäre denn eine gute Methode, eine effiziente Methode, um Namensschilder zu bekommen? Gibt's da überhaupt was? Oder muss man da einfach darauf pokern, dass irgendwann mal, ähm, man in einer Mine oder sonst was in so einer Lohrentruhe, Lohrentruhe, ne, Lohrentruhe ist schon richtig, Lohrentruhe, ähm, äh, so nicht, naja, ist okay, ähm, naja, ist nicht so wirklich okay, machen wir weg, äh, dass da irgendwann ein Namensschild drin liegt. Oder es gibt auch die Möglichkeit, glaube ich, die von Dorfbewohnern mir zu erhandeln, aber es gibt eben völlig unnötigerweise keine Möglichkeit, die, sich einfach zu craften, diese Namensschilder. Das habe ich nicht ganz verstanden, warum, aber so ist es halt. Kommt nicht gerade ein Gegner von unten angekrochen, oder? Ne, perfekt. Ich will hier einen halbwegs, äh, gesunden Abstieg haben. Natürlich gibt's immer wieder die Gefahr, die man nicht, äh, ja, nicht verheimlichen sollte, dass nämlich hier einfach, äh, ein Gast kommt und uns unseren Abstieg verballert, oder beziehungsweise da oben eher unseren Weg kaputt macht. Aber mein Gott, dann ist es so. Wir haben ja genug Bruchsteine, um das irgendwann wieder auszustatten, aber ich würde einfach gerne eine halbwegs klar markierte Route haben, in der klar ist, dass, aha, das ist der Weg, äh, zum Beispiel jetzt in diesem Fall nach Ralermo, oder wenn man in Ralermo ist, das ist der Weg zurück nach Alcatraz. Ein bisschen muss man jetzt aufpassen, wie wir es hier machen, denn hier ist hier gerade irgendwas Gefährliches, ne, sieht alles noch gesund aus, dass wir hier diesen Abstieg auch ein bisschen noch absichern, einfach, denn man will ja auch einen sicheren Weg haben. Nicht perfekt abgesichert, wenn irgendwie jetzt ein Gast, äh, tatsächlich meint, äh, auf uns zu schießen, dann ist es okay. Dann ist es, also okay ist es nicht, aber da können wir jetzt, ich will jetzt hier keine komplette Absicherung drin haben, aber zumindest, dass man hier nicht runterfällt, versteht er? So, gehen wir mal hier rauf, gucken mal, ob jetzt zumindest dieser Weg hier halbwegs stabil eingebaut wurde. Ich glaube aber, ich habe keine Fehler beim Bauen gemacht. Oder? Ach, guck mal, da ist ein Schweinemensch. Direkt ein aggressives Missschwein. Weg! Kaputt gemacht. Ja, das ist zum Beispiel auch so was. Hier könnte man auch absichern, versuchen, dass die einfach nicht von, von außen da drauflaufen können auf dem Weg. Aber an sich ist es erstmal okay. Ich habe jetzt eh keine Nethersteine dabei und auch nicht vor, die groß, ähm, abzubauen. Jetzt ist die Frage, was ist denn mit, mit Archibald? Ist der noch da? Oder hat der, nee, ach du Schweinemensch, du geh doch mal weg. Wie wär's denn? Bist du noch hier Archibald? Äh, nee, Archibald ist weg. Aha. Ist Archibald jetzt etwa wieder in der realen Welt? Dann hätten wir ja das Ziel erreicht. Dann kann ich da einfach abriegeln und dann kommt er nicht mehr in den Nether. Oder wurde Archibald frech ermordet? Archibald, sind sie hier irgendwo? Archibald? Na? Ach ja, der liegt hier einfach im Bettchen. Guter Mann, der Archibald. Okay, dann ist er jetzt auch nicht mehr abtrünnig. Können wir ihn eigentlich nur noch Archibald nennen. Und ich mach hier einfach so eine Mauer. Natürlich ist es jetzt ein bisschen ungeschickt, dass diese Mauer, ähm, ja, dass ich da nichts Gescheites hab, um die aufzumachen. Wie könnten wir das denn am schlauesten machen? Hm. Aber gut, das kann ich ja jetzt mir erstmal, erstmal hinten anstellen. Wir könnten hier höchstens so eine, so ein Zauntor da rein machen. Sieht nicht so toll aus natürlich. Die Kombination von Stein und Holz, gebe ich zu, ist nicht optimal. Aber, äh, ist vielleicht jetzt gerade das Beste, was wir machen können. Auf die Schnelle. Wenn du uns was Besseres einfällst, oder wenn ihr bessere Vorschläge habt, dann, äh, seid doch so frei und sagt mir das einfach. Denn ich bin gerade nicht so ganz sicher, ob das die schönste Variante ist. Die schönste ist es bestimmt nicht, aber zumindest, ähm, vielleicht erstmal die... Ne, nicht ein Fichtenholztor, Leute. Ein Eichenholztor, genau, so. Ähm, die schönste Variante ist es garantiert nicht, aber, naja, es muss ja... Ah, ich brauch, glaub ich, zwei. Ich brauch zwei Tore. Zwei Tore, damit es halbwegs symmetrisch ist. Eichenholzzauntor, noch eins. Das ist ja, Volo. Dann haben wir die. Dann können wir die jetzt direkt da rein zementieren. Und einfach mal hoffentlich... Ah, ne, so, aber nicht. Das ist jetzt Quatsch. Habe ich keine Axt? Natürlich habe ich keine Axt. Äh, welcher anständige Mensch geht denn ohne Axt in den Nether? Das ist ja völliger Unsinn. Ähm, ne. Also gut. Ich hoffe jetzt mal, dass Archibald nicht jetzt gerade in diesem Moment wieder hier rüber gelaufen ist. Aber, ne, der scheint noch im Bett zu liegen. Oh, Leute, so aber auch nicht. Wer kommt denn auf die Idee so rum, einen Zauntoller reinzusetzen? Minecraft, please. So, genau. Ist nicht wunderschön, aber man kann es so machen. Und es gibt uns erstmal die Sicherheit, dass der feine Herr Archibald jetzt wieder da bleibt, wo er sein soll. Sehr schön. Hätten wir dieses Kapitel mit dem abtrünnigen Archibald erst einmal hinter uns gelassen. Und können jetzt erstmal ganz entspannt ins Bettchen gehen, während wir dann, äh, ja mal gucken, wann wir da noch im Nether diesen Weg weiterbauen. Entweder machen wir das heute noch, oder wir sagen, jetzt haben wir ja erstmal hier wieder einen Meilenstein erreicht. Nämlich den, dass, äh, dass wir da zumindest den Weg schon mal einen halbwegs weit verlegt haben. Und das Archibald wieder bei uns ist. Und dann würde ich mich nämlich auch gerne mal wieder ein bisschen um die Dorfbewohner hier kümmern, dass die mal ein bisschen weitergelevelt werden. Das finde ich nämlich auch noch eine sinnvolle Sache. Genau. Ansonsten, ja gut, irgendwann müssen wir natürlich auch mal wieder hier ein anständiges, äh, Häuschen bauen. Das ist tatsächlich schon ziemlich lange nicht mehr passiert. Ich glaube, das letzte an Bauarbeiten, die wir hier in, in Ran Lärmo verrichtet haben, war das wirklich das Lagerhaus? Naja gut, irgendwie diese, diese Bauern, ähm, äh, oder diese Farmen-Geschichten hier, diese, äh, Tiergehege, die haben wir natürlich auch gebaut. Aber so viel mehr war da seitdem tatsächlich gar nicht mehr. Genau, das müssen wir also auch irgendwann angehen. Aber ich denke, jetzt gucken wir erstmal, dass wir ein bisschen Zuckerrohr abernten. Und dann entsprechend Papier daraus machen, um damit Archibald und auch Karo den Kartografen, ähm, bei Gelegenheit mal, äh, ja, zu leveln. Das ist doch wichtig. Ich weiß übrigens wirklich nicht, was die Pokémon Stadium Battle Musik in meiner entspannten Videospielmusik-Playlist zu suchen hat. Also ich lasse die jetzt einfach mal laufen, ne, aber, ähm, ich denke mal, es ist sinnvoll, die da aus der Playlist rauszuschmeißen. Und an dieser Stelle deswegen auch wie immer der Aufruf, wenn euch spontan wirklich gute und ruhige und entspannte, wie ist es hier keine, keine Seerose? Uh, keine Ahnung. Ähm, gute, ruhige und entspannte Videospielmusik einfällt, die hier auch vielleicht, äh, im Hintergrund laufen könnte, wo jetzt gerade nämlich Pokémon Stadium läuft. Ja, aber wir wollen eben, wie gesagt, ruhigere Musik, denn, ähm, das soll ja auch zur Entspannung beitragen. Dann sagt mir doch bitte was. Nennt mir einfach ein tolles Musikthema oder sonst was in den Kommentaren. Ah, 28 Knochenmehl-Dinger, sehr schön. Guter Mann, der Gerhard, was will der im Moment? Gerhard? Der würde gerne Weizen oder Kartoffeln oder Kürbisse haben. Habe ich gerade alles nicht, aber können wir irgendwann mal machen. Ich könnte da ja einfach Weizen abbauen, theoretisch. Genau. Also, wenn ihr entspanntere Musik habt als diese Pokémon Stadium Musik, die aus irgendeinem Videospiel kommt, dann seid doch so gut und lasst mich daran teilhaben. Lasst es mich wissen, schreibt sie einfach in die Kommentare. Und wenn sie mir auch gefällt und ich sie auch für entspannt halte, dann werde ich auf jeden Fall auch, ähm, selbstverständlich die in meine Playlist integrieren. Das wäre doch wunderschön. So, 36 Blatt Papier, das ist ein Anfang. Ich weiß immer nicht, woher ich dieses eine Zuckerrohr habe. Aber nun gut. Haben wir sonst noch Papier? Nee. Das wäre schon wieder alles. So, ich würde sagen, wir handeln erstmal fröhlich weiter mit Archibald. Auch wenn Karl natürlich irgendwann auch dran ist. Ne, Archibald war spannend unten im Nether. Ich kann es mir vorstellen. Hm. Okay, jetzt hier für 24. Äh, naja gut, nehmen wir das mal. Noch ein Smaragdchen. Noch mehr kann ich leider nicht mit dir handeln, aber bist du jetzt immerhin ein bisschen gelevelt? Naja, hat jetzt nicht wirklich was gebracht, ne? Du hältst immer so ein magisches Buch, ein verzaubertes Buch in der Hand. Habe ich denn 26 Smaragde und ein Buch? Dann könnten wir das ja mal machen, den Deal. Wäre doch eine Idee. Einfach mal gucken, was dann rauskommt. Ein verzaubertes Buch mit Reparatur ist sicherlich nicht schlecht. Bücher habe ich sogar noch einige. Wie sieht es mit Smaragden aus? Stimmt, das wäre auch mal so ein Projekt für die nächste Zeit hier. Smaragde, Smaragde. Naja, haben wir nicht genug, leider. Haben wir nur 23. Aber dann geben wir dir halt ein paar Bücher. Ist auch okay. Ähm, genau. Das wäre auch so ein Projekt hier mal die, äh, die, die weiteren Kisten im Lager zu sortieren. Das habe ich, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt. So, vier Bücher für eins Smaragde. Das ist aber wirklich ein, naja, nicht ganz so überzeugender Deal. Aber okay. Haben wir immerhin jetzt einen Haufen Smaragde. Wir können ja mal noch gucken, was die anderen, äh, wollen. Beziehungsweise im Wesentlichen, was der Karl will. Denn bei, äh, bei Gerhard wissen wir es ja eigentlich. Gerhard will, äh, Weizen und so weiter. Haben wir Weizen übrig? Ja gut, wir haben natürlich Weizen. Aber ich glaube, mit Weizen wird nicht wirklich gelevelt. Ich könnte nur den Handel trotzdem machen. Aber wenn ich wirklich mit ihm, äh, handeln möchte, brauche ich vermutlich Kartoffeln oder Kürbisse. Oder was wollte er gerade? Ich schaue nochmal kurz nach. Sorry, ich trampel durchs Getreide. Ähm, ja genau. 26 Kartoffeln. Das war jetzt echt nicht so eine geschickte Idee, diesen Sprung hier runter zu machen. Weil jetzt müsste ich den eigentlich wieder, ähm, ach, das war doch jetzt dämlich von mir. Jetzt muss ich den ja eigentlich wieder nachpflanzen. Dafür muss ich aber erstmal die Hake holen. Mein Gott. Okay, diesen Weizen, den ich in der Hand habe, kriegt jetzt erstmal irgendeine Kuh. Die freut sich auch. Und dann sollten wir noch kurz nach unserem Kartografen gucken. Vielleicht will der ja momentan was. Ist auch interessant. Die Kühe. Die haben hier so ein Riesengehege, aber die tummeln sich hier alle bei diesem Wasserbecken. Denen ist wohl wärmer als mir. Naja, ist okay. Hier ist nämlich schön winterlich gerade bei mir zu Hause. Also beziehungsweise im Haus zum Glück nicht. Aber draußen. Aber, äh, ja, hier in Minecraft scheint das ja nicht der Fall zu sein. Jahreszeiten in Minecraft. Das wäre doch eigentlich auch noch eine interessante Sache. Wieso? Also gibt's bestimmt schon Mods, die das machen, aber das wär doch auch was, wo ich mich frage, warum gibt's da noch keine große Erweiterung in die Richtung, so die Jahreszeiten einführt. Das wär doch noch ein interessantes Thema. Naja. So, hallo, Herr Kartograf. Äh. Ne, ich will tatsächlich regulär zu Ihnen, ohne dass Sie jetzt hier rausgehen. Kriegen wir das hin? Jo, fantastisch. Was geht denn? 24 Papier für einen Smaragd. Meine Güte. Ich hab nicht so viel, mein Freund. Und 7 Smaragde für eine leere Karte. Ich weiß auch nicht, wofür ich eine leere Karte will, ehrlich gesagt. Okay, wir machen hier mal schnell wieder zu. Aber gut, wissen wir Bescheid. Genau wie der, ähm, der Bibliothekar, wie Archibald, will auch Karl, unser Kartograf, Papier. Wobei, Archibald will ja gar kein Papier mehr. Okay, das heißt für mich, wir müssen uns auf jeden Fall mal weiterhin um unsere Zuckerrohrplantage da unten kümmern. Das kriegen wir aber auf jeden Fall auch hin. Und theoretisch könnte man die ja auch einfach erweitern. Das ist ja keine große Sache. Aber ich glaube, es passt erstmal soweit. Ansonst denn, was wollte Archibald noch? Archibald wollte, glaube ich, noch Bücher allgemein, ne? Bücher. Ja, oder halt Smaragde gegen was tauschen. Aber ich brauche den ganzen Mist, den er mir hier andrehen will eigentlich nicht. Wobei das verzauberte Buch vielleicht noch okay ist. Genau. Also Bücher, wenn ich... Vier Bücher könnte ich immer gegen ein Smaragd tauschen. Das ist okay. Vier Bücher gegen ein Smaragd. Wir haben jetzt keine Bücher mehr, hatte ich gesagt. Aber wir könnten theoretisch natürlich welche basteln, indem wir, ähm... Indem wir hier unser Leder noch verwerten. Ein bisschen haben wir ja, glaube ich, noch. Naja, nicht wirklich viel. Müssten wir also mal wieder irgendwann bei Gelegenheit durch die Kühe schnetzeln. Es tut mir dann immer ein bisschen in der Seele weh. Aber was soll man machen? Genau, aber ansonsten würde ich sagen, wenn ich hier auf die Zeit blicke, dann war es das auch schon wieder für heute. Ich sortiere mal das unwichtigere Zeug kurz wieder ein. Also das Papier zum Beispiel wieder hier rein. Wie gesagt, hier müssen wir dringend mal was überarbeiten. Achso, wir hatten noch Papier. Theoretisch würde das jetzt sogar, glaube ich, reichen, um mit Carl zu handeln. Aber was soll's, machen wir jetzt nicht. Genau, also so lassen wir es erstmal dabei. Ich denke mal, wenn ich mich jetzt nicht sehr vertue, dann werde ich beim nächsten Mal nochmal in den Nether gehen. Aber ich hoffe, dass das dann auch irgendwann mal wieder vorbei ist, das Kapitel. Wir sind jetzt zumindest ja schon so weit, dass wir im Nether wirklich ein gutes Stück Weg zurückgelegt haben. Aber eben noch nicht genug, um wirklich einen halbwegs sicheren Weg nach Ralermo anzutreten. Das müssen wir also auf jeden Fall noch machen bei Gelegenheit. Vielleicht beim nächsten Mal, vielleicht auch erst in weiterer Zukunft. Wenn ihr andere Vorschläge habt, was ich in nächster Zeit machen sollte. Ich habe ja so ein paar Punkte genannt, aber bin auch immer offen für andere Anregungen. Dann lasst mich doch gerne wissen, einfach in den Kommentaren. Wenn es euch heute gefallen hat, würde ich mich natürlich auch sonst noch über eine positive Bewertung freuen. Aber ich bin jetzt erstmal wieder raus. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, macht's gut und bis dahin. Euer Skali der Rallye. Moin.